Es ist ein grosses Wohlwohlen und obwohl viel verlangt wird, finde ich, wird auch sehr viel geboten. Es ist Frühling und wieso fragt man sich im Frühling nicht einmal die Frage, ja, sollte ich, möchte ich einen neuen Beruf anfangen? Das könnte ja mal eine Bereicherung sein für das Leben, für die Familie, für sich selber. Und über das reden wir heute. Ich finde es total gut, ist Sabine Saladin bei uns. Hallo Sabine. Hoi Patrick. Du bist Berufsberaterin. Ja. Ganz korrekt, Berufsstudien- und Laufbahnberaterin beim BITZ in Zürich. Da gibt es, glaube ich, sechs, sieben Stationen im Kanton. Und du beratest junge Menschen, aber auch Menschen, zum Beispiel in meinem Alter, so die Mittelalterlichen, wie es kennt dich beruflich weiter. Gehst du das richtig? Das ist richtig. Es ist eine spezialisierte Stelle für Berufsberatung in den Gesundheitsberufen. Und über das reden wir heute höchste Zeit, dass wir die Pflege HF, den Beruf Pflegefachfrau oder Mann HF, mal ganz genau anschauen. Wer kann den Beruf lernen? Für wer ist es gut? Was verbirgt sich dahinter? Wie kommt man zu so einem Beruf? Vielleicht, was kostet er? Was verdient man? Was lernt man? Das alles in der heutigen Folge. Sabine, es gibt ja sicher so verschiedene Phasen in der Berufsbildung, im Entdecken von wie finde ich meinen Lieblingsberuf. Wie geht man da vor, zum Entdecken, was einem eigentlich zusagt? Das ist eine gute Frage. Da gibt es sicher nicht einfach einen Weg oder ein Rezept, auch nicht einfach den richtigen oder den falschen Weg. Es ist vielleicht ein bisschen typenabhängig und ich würde sagen, man kann es auch ein bisschen anpassen und ein bisschen wählen, was einem zusagt, was mir das Anliegen ist oder auch ein bisschen aus meiner Erfahrung. Dass es immer Sinn macht, Interessen anzuschauen, stärken Fähigkeiten zu prüfen und dass es aber auch unbedingt verknüpft sein soll mit schauen, wie es in der Praxis ist. Also schnuppern, Interview führen. Du sitzt mir ja wie als Fachspezialist, Pflege HF. Ich freue mich darum auch, eine Unterstützung zu haben, falls ich nicht alles ganz im Detail wüsste. Es ist aber schon einer von den Berufen, der bei uns Alltag ist, der sehr verbreitet ist und wo es immer wieder Leute gibt, die finden, das wäre jetzt etwas für mich auch als Quereinsteig, auch als Zweitberuf. Ist er beliebt, der Beruf in der Pflege? Ich würde schon sagen, ja. Es ist ja die grösste HF-Menge, die da rauskommt. Also die Leute in der Pflege, HF ist die grösste Menge von allen HFs in der Schweiz. Und ja, ich glaube, das Modell ist auch sehr beliebt von dieser Verknüpfung von Theorie und Praxis. Da weisst du vielleicht auch gut Bescheid, weil du ja selber diesen Weg gewählt hast. Und natürlich würde ich dort immer auch sagen, es gibt den Weg von der berufspraktischen Ausbildung, aber es gibt ja auch ein Studium und man kann wählen. Aber heute wollen wir uns ja auf die HF-Berufe, also in der Pflege, fokussieren. HF – höhere Fachschule, FH – Fachhochschule. Das hast du jetzt wahrscheinlich schon angesprochen. Das ist eher der theoretischere Part von diesen beiden Ausbildungsgängern. Da kommen wir dann später noch ein bisschen darauf zurück. Sabine, fangen wir mal ganz vorne an. Was ist eigentlich die Pflege HF? Was lernt man in dieser höheren Fachschule Pflege? Also ich glaube, im Unterschied jetzt zu der Fachfrau Gesundheit und Fachmann Gesundheit, wo ein Erstberuf ist oder wo ein Grundberuf ist in der Lehre, eine dreijährige Lehre mit Abschluss EFZ, ist ja dann Pflege HF entweder weiterführend oder für Quer-Einsteig-Leute die Vertiefung vom Pflegeberuf. Das heisst auch, man arbeitet nachher auf der Abteilung, in dem Sinne als Diplomierte, wie ich von euch ja mit höre, als Fachpersonen. Also es ist ein Thema, wo viel mehr Verantwortung übernommen wird, wo man mehr ins Detail geht. Und viele fragen uns auch, warum braucht es dann drei oder vier Jahre nochmal eine Ausbildung, wenn ich schon vor allem ein bisschen aus dem Gesundheitsberuf komme. Berechtigte Frage? Auf jeden Fall, aber ich glaube, man kann dort schon sagen, es geht nochmal um eine grosse und wirklich eine Vertiefung von den ganzen Pflegethemen, Kommunikation, Anatomie, Physiologie, Krankheitsbilder eben nicht nur oberflächlich streifen, weil es ja auch eine Generalistinnen-Ausbildung ist. Ich habe das viel gehört von Fages, wo ich dann auch in meiner Ausbildungszeit in der gleichen Klasse gesessen bin, wo wir dann gesagt haben, als Quereinsteiger, hey, boah, da geht man jetzt schon nochmal tiefer rein. Und das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass man das so detailliert mit griechischen oder latinischen Fachbegriffen um sich wirft. Also offenbar ist das tatsächlich so, dass man tiefer geht. Dann habe ich mich natürlich gefragt, oder frage jetzt dich, wenn man als Quereinsteiger rein kommt und dann eben keine Berufslehre als VG gemacht hat, ist das nicht auch für viele ein grosses Fragezeichen bei dir in der Berufsberatung, ob man das überhaupt stemmen kann. Ja, und ich finde, es ist auch eine berechtigte Frage, weil es ist ja ein anspruchsvolles Thema, aber das wäre vielleicht auch wieder ein Bogen zu vorher. Wer geht denn überhaupt in so einen Beruf? Also wenn dich Naturwissenschaften, den menschlichen Körper, wenn dich das nicht besonders interessiert, dann bist du in dem Beruf falsch. Aber ich glaube, dann kommt es ja gar nicht so weit. Also wir gehen als Berufsberaterinnen und Berufsberater auch immer selber an Infoveranstaltungen, und zwar in verschiedenen Gesundheitsberufen, um auch zu schauen und zu hören, was ist denn das Wichtige. Und ich kann mir das dann auch wieder besser vorstellen. Also das ist wie so auch ein Thema, das ich empfehle, dass man auch mit der Schule, bevor man so einen grossen Schritt macht, das ganz genau anschaut, dass man Leute wie dich, die in diesem Bereich arbeiten, vielleicht ein Interview macht. Und natürlich würde ich auch selber noch einmal schnuppern, wo ich weiss, ich mache jetzt drei Jahre eine aufwendige Ausbildung, ich lerne viel, ich muss je nachdem Geld aufwerfen, ich muss Abstrich machen, vielleicht mit meinem Lebensstandard im Moment. Dann lohnt es sich genau herzuschauen. Und das ist etwas, was mir den Leuten auch oft in der Beratung Tipps mitgeben, wie sie dann das umsetzen, ist jedem selber überlassen. Aber auch aus den Rückmeldungen, die wir von HF-Schulen hören, wo es zum Teil Leute gibt, die wieder aufhören, dass wir Gründe gesammelt haben, warum hören dann die wenigen leider, die wieder aufhören, und versuchen das zu verhindern, indem wir es auch ansprechen. Was sind denn die Aufgaben von einer Pflegefachperson HF? Wenn jetzt jemand kommt, sich interessiert wie das, was erzählst du diesen Menschen? Weil von denen haben wir zu wenig im Land. Wir haben die Fages, du korrigierst mich, Fages haben wir recht gut, sind wir gut abgedeckt in der Schweiz mit der Berufslehre, das funktioniert auch gut, das ist attraktiv. Beim Weitergehen, in der Tertiärausbildung oder bei den Quersteiger haben wir Luft nach oben, die Institutionen brauchen uns. Was erzählst du den Leuten, was sie den ganzen Tag machen? Du und ich waren vielleicht auch mal Patienten, oder sind jemanden von der Verwandtschaft besucht. Man hat Bilder, vielleicht ähnlich wie im Lehrerberuf. Man ist selber mal in der Schule, man denkt, ja, ich weiss ja, was sie machen. Und meine Aufgabe sehe ich dann oft mehr auch darin zu zeigen, was gibt es alles für Berufsfelder. Weil eine Pflegefachfrau HF in einer Rehaklinik oder in einer Spitex, in einer Psychiatrie, im Akutspital, die machen ja eben nicht genau das Gleiche. Aber vielleicht so, ja, übergeordnete, gleichen Aufgaben ist sicher eine perfekte Pflegeplanung zu machen. Dann sicher auch Dokumentation, das unterschätzen sehr viele Leute. Dass es auch darum geht, alles richtig zu dokumentieren, dass ihr ja sehr multidisziplinär zusammenarbeitet, dass man alles hinterlegen muss, auch für die nächste Schicht. Ein Schichtbetrieb ist auch ein wichtiges Thema. Für Leute, die jetzt zum Beispiel aus einer Bürotätigkeit kommen, was ab und zu vorkommt, einfach so das ganze Leben in und um das Berufsfeld kennenzulernen. Wie ist es, wenn mit den Leuten redest du, hey, es ist ein Beruf, wo es um Schichten geht. Das muss man sich bewusst sein, das ist anders. Ist es in der heutigen Zeit etwas, was man als tolle Alternative sieht, mal nicht mehr Montag bis Freitag, acht bis sechs im Büro? Oder kämpft man da ein bisschen mit Überzeugungskräften, dass es eben auch Vorteile kann, Schicht zu schaffen? Wie erlebst du das in den Gesprächen? Also, bei uns kommen ja auch Leute, die schon im Gesundheitsberuf drin sind. Jetzt nicht nur in der Pflege, auch sonst, wo es ja auch Schicht und Samstag und Sonntag ist auch ein wichtiges Thema, neben der Schicht, wo unregelmässige Arbeitszeiten gibt. Und dann kommt es halt darauf an, woher diese Person kommt. Wenn du jetzt aus der Gastronomie kommst, oder wenn du Cabin-Crew-Member bist, dann ist es wirklich klar, das kenne ich schon, das mache ich gerne, das mache ich weiter. Und die Leute kennen dann schon ein bisschen die Vorteile. Und bei den anderen bin ich manchmal nicht so sicher, ob sie es sich wirklich bewusst sind. Und sie merken es dann vielleicht bei den Eignungstagen, die sie müssen machen, im Aufnahmeverfahren für den HF, oder bei einem Schnuppern, oder sie hören es von Leuten, die sie kennen und merken, aha, mit denen kann ich dann doch nicht immer so gleich regelmässig abmachen, oder die kommen vielleicht nicht immer, wenn man in einem Verein ist. Aber ich höre immer auch von Leuten, jetzt wie dir, die in der Pflege sind, es ist ja dann nicht jedes Wochenende immer nur Nachtschicht, ausser du willst das, oder es ist auch nicht immer der gleiche Dienst. Und von dem her, finde ich, muss man es selber auch als Individuum schauen, wie es dann mit einem tut. Ich selber könnte mir nicht mehr vorstellen, Mändig bis Freitag im Büro, oder irgendwo sitzen, einfach so an der Regeln. Ich geniesse das total, die flexiblen, das Hin und Her. Gut, ich habe kein Kind, in dem Sinn, dann wird es dann schon, das gehört mir, oder? Dann wird es eine Herausforderung, also das Organisieren von der Woche, das ist, ja, ein sehr grosser Teil von der Wochenaufgabe, aber es gehört dazu und es hat Vor- oder halt eben auch Nachteile. Ich möchte noch schnell zu den Unterscheiden, bevor wir dann in die Ausbildung selber reingehen, von dem HF und FH. Das habe ich mich selber auch gefragt in der Ausbildung, ja, was ist jetzt eigentlich genau? Aber ich habe nie mit einer Berufsberaterin wie es dir gesprochen. Kannst du uns das schnell erklären? Genau, also schlussendlich umgekehrt gesagt, wenn du jetzt auf deiner Abteilung bist und mit Leuten arbeitest aus der Pflege, dann merkt ihr ja vielleicht gar nicht gross den Titelunterschied. Ihr macht zum Teil die gleichen Aufgaben, anscheinend auch zum gleichen Lohn, aber aus meiner Sicht zieht das wie andere Leute an vom Lerntyp. Also wenn du sehr praxisorientiert bist und vielleicht auch schon den Weg von einer Berufslehre in der Grundbildung gewohnt bist, ist ein HF wie so logisch, weil es du schon kennst und das ist weiterführend. Und eine Fachhochschule zielt klar auch darauf ab, auf ein wissenschaftliches Arbeiten, auf allenfalls auch eine Karriere bis und mitdoktorieren, was dann eben möglich ist und wo durchaus auch attraktiv sein kann. Und es wäre ja auch möglich, quer noch zu wechseln. Also wenn du das noch willst, wäre das ja auch möglich. Und das macht ja das ganze Bildungssystem bei uns so spannend. Aber ich glaube, es sind wie unterschiedliche Typen Menschen und auch so vom Aufbau von der Ausbildung. Du hast schön immer Theorie, dann wieder Praxis, eine Abwechslung gehabt und sie, die in der Pflege FH sind, sie sind zuerst einfach im Studium und machen dann am Schluss noch Praktikum. Also ein bisschen überspitzt gesagt, wie sie natürlich zwischendurch in den Lernskills und so weiter Training das auch so praktizieren. Top zusammengefasst. Ich glaube, genau so ist es, habe ich es auch mitbekommen. Und das finde ich auch ein schönes Bild, das du gemaltest hast. Leute, die zuerst ein bisschen mit den Büchern und mit den Papieren und mit der Theorie sich befassen und andere, die es brauchen, schon bereits im ersten Jahr in einem Spital oder in einem Heiminstitution zu arbeiten. Die wären dann eher bei der HF wahrscheinlich zu Hause. Was man auch mal wieder gehört, ist so, ja, eigentlich können das alle machen, Pflege, HF, Quere, Steiger, jeder kann das, wenn man will, stimmt das? Oder sagst du, es braucht vielleicht dann schon der eine oder der andere Skills oder der Typ, den man mitbringen muss? Ja, das würde ich auf jeden Fall sagen. Also, das wäre ja ein bisschen, also, das würde ich jetzt auch bei anderen Berufen so sagen, oder, dass es ja schon auch spezielle Interessen oder Schwerpunkte gibt. Und dann gibt es ja wie bei den Schulen auch ganz klare Aufnahmebedingungen und dann kannst du noch so wählen und kannst vielleicht leider nicht an dieser Ausbildung teilnehmen. Also, was ich da auch anspreche, wir haben sehr viele Leute aus dem Ausland, das ist in der Pflege ein wichtiges Thema, dass die ganze Geschichte mit Diplom-Anerkennungen und mit der deutschen Sprache, und zwar deutsche Sprache auf höchem Niveau. Der HF verlangt das C1 nach europäischem Sprachrahmen und das ist hochgesetzt und das ist auch etwas, was viele Leute wie nicht so ganz zu verstehen und ich kann es dann immer gut erklären, weil ich weiss, wie es an der HF Infoveranstaltung erklärt wird, dass es ja auch darum geht, einerseits die ganzen komplexen Themen zu lesen, nachher darüber zu diskutieren plus noch eventuelle Arbeiten dazu zu schreiben. Da müsste ich das ja auch, wenn ich es im Französisch oder Englisch mache, dort ein C1 haben. Ich finde das ganz ein wichtiger Teil, dass Deutsch, also einfach die Landessprache, die auch immer in der Wellschweiss ist es natürlich auch Französisch, aber Kommunikation ist in der Pflege, eines der A und O und darum ist das wichtig, dass man die Sprache auch versteht und kann schreiben und kann reden, weil dann hat man einen Patienten im Bett, der vielleicht 80 ist und von Schuhbinden, Schuhbändeln spricht und dann lernt man das als Schnürsenkel oder es ist dann schon, da geht es um Finessen. Gibt es da auch Leute, die dann sagen, ja, dann mache ich es nicht, es ist vielleicht gescheiter oder Diskussionen, ob man es machen kann, weil die Sprache nicht ganz so ist? Es ist ja nicht unbedingt so, dass das bei mir die Frage ist, sondern oft kommen die Leute zurück mit einem nicht bestandenen Aufnahmeverfahren oder sie können das wie noch nicht ganz einschätzen, weil sie allenfalls auch Kurs besucht haben, Deutschkurs, und dort ist das bestätigt worden und nachher langen es gleich nicht bei den Aufnahmeverfahren, die ja jede HF dann auch stellt. Und das ist dann manchmal schon auch, also das ist das Thema mit viel Frust und wo man viel auch Ermutigung muss machen, sagen, probieren es doch noch mal, oder bei Leuten aus dem Ausland ist es wirklich auch eine Chance, dass sie halt mit einem wirklich grossen Downgrading unten nochmal anfangen, nicht mit der Idee alles nochmal zu machen, das wäre auch ein bisschen langweilig und finde ich auch vermessen, aber für einen Einstieg und das Lernen auch noch in der deutschen Pflegefachterminologie, das weisst du ja, also die vielen Wörter, Abkürzungen, die ihr habt, auch für Leute, die da jetzt in der Schweiz aufgewachsen sind und Quereinsteig machen, egal jetzt, ist es ein Schreiber, ist es ein Linguistiker, ist es eine Kosmetikerin, das sind Fachterminologien, wo man dann noch dazu muss lernen. Man lernt eine neue Sprache, ich habe immer das Gefühl, ich lerne irgendeinen Mix zwischen Türkisch und Finnisch, ich verstehe im Moment gar nichts. So habe ich angefangen, also da bin ich mit Wörtchen, wie wenn ich eine Fremdsprache lerne, Pneumonie, Lungenentzündung, so habe ich das Zeug gelernt, Adipositas und so weiter, all die Begriffe. Du hast schon zweimal jetzt so ein bisschen das Zulassungsverfahren, das Aufnahmeverfahren angesprochen und Savi, ich muss jetzt sagen, ich habe gemeint, ich kann mich wirklich gut erinnern, als ich das angefangen zu machen, ich bewirbe mich als Bundesrat oder irgendetwas. Das ist so kompliziert und so ausdehnt. Das ist verrückt, was man da alles für die Pflege HF abliefern muss. Ist das richtig? Ja, einerseits ist es vielleicht verrückt, andererseits gehört es auch ein bisschen zum heutigen Bildungssystem. Also es fängt schon bei den Jugendlichen an, bei Schnuppern, Bewerbungen, was von ihnen verlangt wird. Mir geht es ein bisschen nicht, aber wir sind vielleicht die Generation von gestern und dort ist es vielleicht sowieso nochmal anders. Ich habe für meine Lehre noch eine Bewerbung von Hand geschrieben, das kannst du dir heute gar nicht mehr vorstellen. Es hat sich schon sehr viel geändert und da muss man aber sagen, das ist jetzt nicht nur pflegespezifisch oder gesundheitswesenspezifisch. Jede HF verlangt ein Aufnahmeverfahren, weil es muss ja irgendwie geprüft werden, ob du dort angepasst oder nicht für beide Seiten. Also ich habe selber eine Sozialpädagogik gemacht und habe genauso sehr, sehr viel Motivationsbeweis bringen, dass ich das wirklich machen möchte. Oder dort habe ich ein Praktikum mit dem Voraus machen zu einem Hungerlohn, wo jetzt auch kannst du sagen, hat es jetzt das wirklich gebraucht für jemanden, der schon aus einem Beruf mit Menschen kommt. Ja, aber sie haben gefunden, es braucht. Ja, da gibt es den Multi-Check. Geliebt oder gehasst, ich glaube, das ist ein bisschen ambivalent, aber den gibt es noch, den muss man machen. Genau, also im Kanton Zürich gibt es ja wie zwei Schulen, das Zag in Winterthur, die Pflege HF anbietet oder das Kareum in Zürich. Und bei beiden Schulen ist es bei uns im Moment so, dass die Gesundheitsanalyse HF von Firma Multi-Check ein Möste ist, wenn du willst in das Aufnahmeverfahren einsteigen. Und natürlich das ist ein anspruchsvoller Test, aber du kannst nachher auch, wenn du den bestanden hast, davon ausgehen, dein Niveau reicht für diese Schule. Du weisst dann, es passt und ich falle nicht vollends von den anderen ab, aber ich muss mich natürlich schon bemühen, dabei zu bleiben. Also von dem her, ich finde, es hat Vor- und Nachteile, ob jetzt das Verfahren genau das muss sein. Andere Schulen stellen einfach selber ein Verfahren zusammen. Es heisst dann nicht Multi-Check, aber es ist auch eine Prüfung. Das ist der ein Detail, was muss man sonst noch machen auf dem Weg von den Berufsberatungsgesprächen bis zum ersten Tag in der Pflegehäfte? Also was sicher dazugehört, aber das ist in jeder Bewerbung so, dass du ein prima Dossier musst haben. Das erlebe ich aber eigentlich nie als Hürde. Da hat es sehr viele Muster auch. Da gibt es auch Beratungen, da gibt es viele Leute, die selbstständig Hilfe suchen und die auch bekommen. Dass das zum heutigen neuesten Stand muss sein, ist auch etwas im BITZ, wo wir sehr viel gefragt werden und auch anbieten können. Dass wir Beratungen machen zum Thema Lebenslauf und Dossier stellen. Und nachher ist es ja so, dass du ein Eignungspraktikum machen musst. Das finde ich auch als Begriff anspruchsvoll. Das ist auch so Übersetzungsarbeit. Ich sehe mich manchmal fast auch als Übersetzerin von solchen Begriffen. Und unter einem Eignungspraktikum würde ich jetzt auch verstehen, das ist etwas Größeres, etwas Längeres. Und das sind aber gemeint zwei oder drei Tage. Aber man darf nicht Schnuppertage sagen, weil das ist dann wieder nur, wenn man überhaupt den Beruf kennenlernen. Und da ist es wirklich, wie bei den Jugendlichen Selektionsverfahren schon gestartet. Also du weisst, du hast genug Punkte in diesem Multi-Check. Das heisst, dein Deutsch, Englisch, Naturwissenschaften, das reicht für hier zu steigen. Und nachher geht es darum, dass du noch zeigst dein Dossier prima und dass jemand aus der Praxis, das ist die Idee eines Eignungspraktikums, auch noch schreibt, du bist geeignet oder nicht. Ob das möglich ist, in zwei oder drei Tagen, das sei dahingestellt. Das muss ich dich fragen. Ich weiss nicht, wo du das gemacht hast, für so eine Empfehlung überzukommen. Ich finde das gut, dass man das macht. Ich finde das fast besser, als noch mehr schreiben und noch mehr Zettel, sondern einen Menschen spüren, wie er agiert mit den Patientinnen und Patienten. Darum würde ich das sicher so beibehalten. Ich glaube, die grosse Chance ist für viele Leute, die wissen, wie es läuft, weil sie vielleicht schon einen Besuch gemacht oder schon jemanden in der Familie, die auch mal früher die Ausbildung gemacht hat. Aber es hat sich auch sehr viel geändert. Und wenn wir von den Berufsfeldern wissen, dass du vom Altersgesundheitszentrum bis ins Akutspital wählen kannst, wo du dein Praktikum oder Ausbildungsort hast, kann es sehr unterschiedlich sein. Und vielleicht hilft es auch, zu prüfen, wie es mir mit der Schichtarbeit geht, wie es mir mit Patienten wie es mir mit Blut, mit schwierigen Themen, wie Leben und Tod. Wir haben noch nicht von dem geredet. Ich habe im Zusammenhang mit dem Interview gelesen, was wir in der Berufsberatung beschreiben, in zwei, drei Sätze, was ist eine Pflege. Was beschreibt er? Dann sehe ich, es ist Begleitung von Menschen, die krank sind, aber auch beim Sterben habe ich gedacht, das war mir gar nicht so bewusst, aber es stimmt natürlich. Wenn ich im Alterszentrum Veranstaltungen mache, Infoveranstaltungen, dann ist das immer ein Thema Umgang damit und ich finde es auch sehr gut, dann können die Leute aus der Praxis auch den Leuten von draussen ein bisschen die Angst nehmen und vielleicht zeigen, es gibt durchaus Wege, wenn man lernen umgehen mit diesen Themen und es soll ja auch nicht tabuisiert oder verbannt werden, es wäre einfach nicht realistisch. Das gehört enorm dazu. Ich war selber überrascht, wie stark dieser Teil des Sterbeprozesses und das Sterben in meinem täglichen Leben nicht gerade täglich, aber einfach regelmässig zu tun hat. Ich habe mich dann aber auch gefragt, wie ist das in der Ausbildung gewesen? Und dann kam mir wirklich in den Sinn wie viele Lektionen über den Sterbeprozess gehabt haben und das war richtig. Es ist ein spezieller Moment. Viele Leute und ich übrigens auch, ich habe erst mal einen verstorbenen Menschen gesehen in meinem Leben, mit 38 ist das gewesen. Und dann denke ich immer wieder an die Fage Lernenden, die sehen das mit 15 und 16. gut sprechen wir es an, es gehört dazu, das ist ein Teil von dem Beruf, man wird aber gut vorbereitet darauf. Kann man in dem Sinn so sagen. Du hast ja die Broschüre mitgenommen, was habt ihr da, was geben ihr da alles ab? Genau, als Berufsberatungsperson ist das, wenn du vielleicht Stethoskop oder den Kugel von deiner Berufskleidung mitbringen. Ich lebe mit so Broschüren oder mit so Wissensvermittlung und das ist wie so auch einer von den Wegen, den ich finde, wo sich Leute sehr gut selber informieren können. Bei uns sind ja auch Leute aus der Pflege HF, die dort rein möchten, die sind oft sehr gut schon gebildet, die können sich selber informieren, die müssen auch nicht alle unbedingt in ein Einzelberatungsgespräch kommen. In jedem BIT oder einem Laufbahnzentrum der Stadt Zürich gibt es eine Infothek, wir sagen dem so, wo alle Medien aufbereitet sind und gerade so Hefte, die auch für Erwachsene geeignet sind, die finde ich sehr hilfreich, weil da drin hat es sehr viele gute Beispiele von Lebensläufen, also da wäre es zum Beispiel auch du drin zu finden und dann sieht man, was hast du gemacht mit 20, was hast du gemacht mit 25, mit 35, 35 und so weiter. Ah, das ist gut, dass du sich weiter erkennen, es haben es schon anders gemacht. Genau, oder dass das wirklich realistisch ist, dass du auch wenn du Schrinnerin bist oder wenn du Bekleidungsgestalterin bist, die wenig zu tun hat damit, was du nachher machst, dass das durchaus möglich ist. Und einfach nochmal schnell zum Deklarieren, ein HF kann man machen, wenn man vorhanden einen EFZ-Abschluss hat, jetzt in der Schweiz. Ein HF kann man abschliessen, wenn man EFZ-Abschluss hat oder wenn man Matur gemacht hat, Fachmittelschule und Leute aus dem Ausland, das finde ich auch immer wichtig zu sagen, es ist nicht dann einfach genau so, wie es vorwärts gehen muss, es könnte auch eine Sür-Dossier-Aufnahme sein an einer HF. Sagst du mal Sür-Dossier, was das heisst? Sür-Dossier würde heissen, Prüfung im Einzelfall mit einem Dossier vorlegen. Und das finde ich, das schätze ich sehr an den höheren Fachschulen für Pflege bei beiden, dass das in Zürich und in Winterthur auch eine Chance ist für Leute, die vielleicht über 30 sind und nicht in der Schweiz in der Schule sind. Unbedingt. Was steht in einem Heft zum Thema Kosten? Eine Ausbildung, das kostet ja immer, irgendjemand zahlt das. Was kostet die Pflege HF-Ausbildung jetzt für einen Quereinsteiger? Also das Spannende an der Pflege HF ist ja, dass man sagen kann, jetzt auch im Kanton Zürich, im Vergleich zu anderen Prüfen. Wenn du jetzt Informatik HF machen würdest, dann hast du Semesterkosten bis 3'500 Franken, die du zahlst oder jemand zahlt. Und in der Pflege ist es nichts, was ja nicht heisst, es gibt keine Kosten, weil die Schule und die Ausbildung ist nicht einfach gratis, es ist teuer, aber die Kosten übernimmt der Kanton. Und das ist auch etwas, warum Leute aus dem Ausland zwei Jahre in der Schweiz wohnen müssen, bis ein HF starten kann. Das ist manchmal auch eine Frage. Aber da sieht man auch, was da aus Interesse ist, dass man dem Pflegefachkräftemangel entgegenwirken und zwar mit geeigneten Leuten und dass man auch bereit ist, bei der Ausbildung Unterstützung anzubieten. Also es wird subventioniert vom Kanton, die Ausbildungskosten. Die Schulbücher habe ich noch gezahlt, das wäre aber alles gewesen. Genau. Schulbücher und das ist nicht wenig, weil die Bücher sehr teuer sind und da gehöre ich aber von beiden Schulen aus, es gibt gute Varianten, diese in Bibliotheken auszulehnen. Absolut. Oder von einem Kollegen, die es vorhanden gemacht hat und vielleicht nicht zu viele Notizen drin hat, könnte man sie dann einfach weitergeben. In dem Sinne, das waren so 300-400 Franken plus minus, was ich für Schulbücher ausgebe. Han, gibt es Teilzeitmöglichkeiten und wie flexibel ist man da, auch schon in der Ausbildung vielleicht? Also das Interessante ist, würde ich sagen, oder so anspruchsvoll und darum ist vielleicht auch unsere Stelle gerechtfertigt. Warum braucht es jetzt das? Es hat in keinem von 22 Berufsfeldern so eine Extra-Berufsberatung mit Ausnahme von den Leistungssportlern, aber da geht es nicht um das Berufsfachkenntnis, sondern um ihre Arbeitsbedingungen und da ist es einfach zu spannenden, finde ich, dass es in diesem Angebot vom Kanton Zürich, zwei Möglichkeiten von Vollzeit Angebot gibt und zwei Teilzeiten und dann gibt es noch mehr für die, die schon auf AG sind, aber die lassen wir auf der Seite und das würde den Rahmen sprengen. Also ich sehe, es ist bei mir schon sechseinhalb Jahre her und seitdem hat sich auch wieder einiges da, nur in dieser relativ kurzen Zeit. Was ich jetzt so höre, ist von dir, man gibt sich sehr Mühe, man ist sich bewusst, man braucht mehr Leute, man ist flexibler worden in den letzten Jahren und das zahlt sich aus. Ja, ich würde schon sagen, weil es hat Plätze, es hat freie Plätze, man startet zum Teil zweimal im Jahr, das kenne ich nicht von anderen HF, es gibt andere HF, die starten einmal im Jahr, haben Wartelisten, gibt es nicht in der Pflege, das ist auch attraktiv. Wenn du dich entschieden hast, das zu machen, dann kannst du starten, dann freuen sich Leute an einer HF, dass du kommst. Das merkt man sehr. Es ist ein grosses Wohlwollen und obwohl viel verlangt wird, finde ich, wird auch sehr viel geboten. Das ist ein gähendes Nehmen wie überall, hier auch. Wie sieht es von der Altersstruktur her aus? Wenn du aus einer Lehrosen kommst, bist du 19, 20, dann kannst du weiterziehen mit der HF, nahtlos machen. Wenn du Querinsteiger bist, ich habe es mit 38 gemacht, wo sind die höchsten Altersstrukturen aus der inneren Erfahrung, die noch anfangen für einen Querinsteigen? Das Gute daran ist, dass man sagen kann, es gibt keine Alterslimiten. Gibt es nicht, 60? Wenn du das möchtest, dürftest du das machen. Es ist immer die Frage, was du in deiner restlich verbleibenden Zeit aus dieser Ausbildung schöpfen kannst. Von daher bei uns machen das sehr viele Leute über 50. Wenn du einen Beruf mit Sinnfindung wirst du in der Pflege glücklich sein, das erfüllt haben. Sehr viele Leute, aus schwierigen Verhältnissen aus der Wirtschaft, aus Bankengeschäften kommen, die einen anderen Druck kennen, die Unzufriedenheit nicht mehr genau wissen, für was ich jeden Tag arbeite. Sie müssen, wenn sie nur 15 Jahre arbeiten, sie nehmen gerne etwas auf sich und haben ein tolles Modell, das sie starten können. Ich höre immer wieder, dass man Quereinsteigende sehr gerne hat in den Betrieben, weil sie einfach Lebenserfahrung mitbringen, andere Rucksäcke gefüllt haben, die in der Pflege sehr gut ausleben können. Oder auch profitieren von deinem vorhergehenden Leben. Das widerspiegelt sich sehr gut, wenn du mit Menschen zu tun hast. Komm, wir reden noch schnell über das Verdienen. Ich finde gerade wenn einer sagt, mit 45 so hopla, der hat natürlich einen gewissen Lebensstandard, Fixkosten, Familie, was verdient man in der Pflege HF? Wir haben es wie gesagt, in der Pflege während der Ausbildung der HF kann es von 1'000 Franken bis andere Modelle, das kommt sehr darauf an. Und da greift jetzt auch Pflegeinitiativen mit, wo die Ausbildungslöhne angehoben werden. Genau, wo wir auf den Herbst auch Empfehlungen erwarten, wo es nicht mehr klar ist, es sind 1'000 Franken. Bei uns kommen manchmal Leute und sagen, es sind ja sowieso nur die 1'000 Franken. Nein, sage ich immer nein, es ist Verhandlungssache. Es gibt auch sehr viele Betriebe, die gemerkt haben, sie haben so zu wenig Leute, sie möchten etwas anderes anbieten. Es gibt ganz verschiedene Modelle, dass du entweder mehr verdienst, dafür bleibst, so Verbleibepflichtig. Ich habe zwei Jahre vertraglich festgehalten, dass ich nach der Ausbildung im Staatsspital Zürich jetzt bei meinem Fall bleibe. Ich habe mir gesagt, ja super, das gibt mir erstens Berufserfahrung, zweitens muss ich nach der Ausbildung nichts suchen, wenn es mir gefällt, dann ist win-win, und ich bin heute noch dort. Also es schadet nicht. Genau, ich glaube, auf das eine oder zwei Jahre kommt es nicht mehr so darauf an. Die meisten Einrichtungen sind ja nicht so klein, dass es nur genau eine Abteilung ist, die man weiter arbeiten würde. Man kann ja innerhalb auch wieder wechseln. Ich finde es auch attraktiv, weil es finanziell dann doch machbar ist, im Vergleich zu wenn ich es gar nicht machen kann. Das wäre eigentlich, bei vielen Leuten muss man wirklich auch sagen, Pflege ist immer noch ein Traumberuf. Von vielen Kindern, Jugendlichen und das soll es doch auch bleiben. Unbedingt. Und man macht etwas, man ist echt dran, auch mit den Löhnen schon in der Ausbildung, was kommt. Nach der Ausbildung, was verdient die Pflegefachpersonen? Auch dort ist es Plus Minus. Wir haben Empfehlungen oder in unseren Broschüren gibt es Angaben. Was steht da drin? Das ist nach Ausbildungsabschluss von 5'200 bis 8'000. Also das ist eine Bandbreite, das ist auch ein kleines Thema für Kundinnen und Kunden bei uns, weil sie auch gerne die neuere Richtlinien hätten. Die kann ich nicht geben, weil sie so unterschiedlich sind. Aber was ich immer kann sagen, es gibt Empfehlungen und auf keinen Fall für weniger zu arbeiten als vorher, wenn du gestandene Berufsperson bist. Versuche zu verhandeln, wie gesagt, vielleicht sind es andere Benefize, die ein Betrieb zahlt oder ein anderes Modell, wie man Rückzahlungen vereinbaren. Es gibt durchaus Möglichkeiten, wie man verhandeln kann. Es ist bei Stadt und Kanton, wie es auch in anderen Berufen gibt es diese Lohnbänder und die sind sehr breit. Genau, 5'200 bis 8'000 ein riesen Range, aber mit 8'000 hast du einen sehr guten Lohn als Pflege. Bei uns sind viele Leute aus der Pflege, die in eine Berufsberatung kommen, weil sie sich innerhalb der Pflege weiterentwickeln Darum haben wir so ein dickes Büchle. Und du hast ja auch viele Möglichkeiten, darum ist unser Büchle so dick. Unsere Stelle gibt es für zwei Berufsberaterinnen und es gibt super spannende Sachen und wirklich das Gegenteil von Sackgassen. Es gibt so viele Varianten von Fachvertiefung, in die Bildung umsteigen, in Führung einsteigen. Es ist extrem spannend und dort höre ich auch löhnevolle Leute, wo ich auch das Gefühl habe, es stimmt auch nicht, was man aus der Presse hört, was man vielleicht auch aus der schlechten Zeit der Pandemie hört. Es ist alles ganz schlecht gezahlt und es ist nur prekär. Ich glaube, man muss dort auch immer genau herrschauen. Sabine, dann kommt mir auch Dankesbrief über oder Psyche mit Blumensträuss und Merci Schöckeli gegenüber euren Berufsberaterinnen. Das habe ich auch schon bekommen, vielleicht nicht jeden Tag, aber Leute, die vielleicht auch aus der Pflege, die schon einen strengen Beruf sind, das möchte ich auch noch mal sagen, du musst psychisch wie somatisch einfach super bereit sein. Wenn ich nach einem Nachmittag rumschuhen mit euch durch Gänge laufe oder ich würde dem schon fast rennen sagen, merke ich da muss ich bereit sein. Wenn ich in den Beruf einsteige, dann kann ich nicht im Schlendergang durch Gänge laufen und schauen, ob eine Arbeit auf mich zu kommt. Und dass es Leute auch gibt, die vielleicht mit der Zeit, nach 20 Jahren arbeiten, ich spreche von längeren Arbeitseinsätzen, dass es Verschleiss gibt oder Probleme mit mit Problemen, wo man sagen muss, das geht jetzt nicht im gleichen Stil weiter, die beraten wir auch und dort ist es dann schon eine andere Dankbarkeit, auch wenn wir zusammen eine Lösung erarbeiten können, auch zusammen mit dem RAV oder den IV, die merken, das ist sehr toll, wenn die Leute einen guten Ort finden, wo sie genauso glücklich sind, wie vorher. dazu sind ihr da, um wieder neue Perspektiven aufzuzeigen und vielleicht können einen Abend mit einem Blumenstrauss oder Merci Schöckli oder was auch immer. Und die, die das Gefühl haben, sie kommen nicht auf ihre 10'000 Schritte im Leben, empfehle ich ein Buch anzuschauen. In der Pflege HF kommst definitiv auf deine 10'000 Schritte im Leben. Also von dem her wäre das für Fitness sicher heute bei uns in der Ausgabe vom Podcast Einsatz Gesundheit der Tag. Ich hoffe, wir konnten anstecken, informieren. Nein, ich hoffe nicht, ich weiss, dass wir informieren konnten. Gibt es noch etwas, Letztes, was du sagen möchtest, auf den Weg für all die Menschen, die einen neuen Job suchen? Gerne, danke auch, dass ich da sein durfte. Ich bin jetzt vier Jahre in dieser Berufsberatungsspezialstelle und merke, es ist nie langweilig. Das ist ja auch so, in der heutigen Zeit, einen Job zu haben, der nicht Routine ist, der nicht langweilig ist. Das ist auch ein grosser Pluspunkt, wo es immer neue Themen gibt, wo ich mich immer wieder mit neuem Lernen auseinandersetzen, mit neuen Menschen und dazu einen Sinn sehen, für was ich am Morgen oder am Abend aufstehe, um arbeiten. Darum finde ich, man soll entgegen diesen Vorurteilen und vielleicht dieser negativen Presse, die zum Teil bestimmend ist, man soll sich selber ein Bild machen und man soll gerne bei uns vorbeikommen, wenn man Fragen hat, man kann uns Mail schreiben, man kann uns anrufen, wir sind jederzeit gern bereit, Auskünfte zu geben oder Beratung anzubieten. Danke vielmals, sagt Sabine Saladin vom Berufsinformationszentrum in Zürich in verschiedene Orte, wo ihr euch informieren könnt. Umzeit eine Frau, die selber auch mit einer Drogisten Lehre abgeschlossen hat, das EFZ gemacht hat, dann eine höhere Fachschule als Sozialpädagogin und am Schluss ein Studium mit Psychologie abgeschlossen hat. Kompetenz haben wir heute in unserem Podcast definitiv zu Gast gehabt. Schaltet nächstes Mal wieder rein, wenn es euch gefallen hat. Wenn ihr eine Frage habt, kommentiert unten bei Instagram, Facebook, YouTube oder wo auch immer ihr das seht oder hört. Wir beantworten euch die Frage gerne und sonst direkt bei Sabine Saladin und ihren Kolleginnen und Kollegen. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Monat, wenn es wieder heisst Einsatzgesundheit der Tag. Einsatzgesundheit der Tag. Der Podcast rund um Gesundheitsprüf.